Musik 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 Also ich glaube, dass Patienten sich bei uns gut aufgeholt fühlen, weil wir im Prinzip alle Belange hier in unserer Praxis abbilden können. Wir haben sowohl auf der einen Seite hochwertigen Zahnersatz, den wir herstellen, wir machen die Implantologie hier, wir machen Wurzelkanalbehandlungen auf hohem Niveau hier. Wir machen halt gerade für die Angstpatienten, wie gesagt, diese Hypnosebehandlung. Wir haben eine eigene Kinderabteilung, wir machen Prophylaxis. Es ist also so, dass wir eigentlich alles unter einem Dach bieten. Und auch dadurch, dass wir halt drei Hauptbehandler und unsere Assistenz sind, ist es auch so, dass jeder so seine Schwerpunkte hat, wo man sagen kann, das ist heutzutage in der Medizin, die ist so vielfältig. Und natürlich auch die Zahnmedizin, dass man sagen kann, wir haben mehrere Spezialisten unter einem Dach, wenn man so möchte. Musik Wir haben eine eigene Kinderabteilung mit einem speziell ausgestatteten Raum, wo die Kinder sich wohlfühlen. Da kann man dann zum Beispiel die Nemus zählen, um die Kinder so ein bisschen abzulenken. Und genau, wir machen dann spezielle Kinderprophylaxe in dem Zimmer, machen auch Behandlungen in dem Zimmer. Wir haben benachbart eine logopädische Praxis, also mit hier in dem Haus. Und das ist ganz nett, weil wir uns das Wartezimmer teilen. Das ist ein spezielles Kinderwartezimmer. Ich selber bin ausgebildeter Hypnosezahnarzt, also besonders ängstliche Patienten behandeln wir dann auch in Hypnose. Also mir macht am meisten Spaß in meiner Arbeit der Umgang tatsächlich mit dem Menschen. Vielleicht hat man so mitbekommen, dass in unserem Team auch sehr versucht, auf freundschaftlicher Basis zu arbeiten und dann mit dem Patienten auch freundschaftlich umzugehen, damit man sich einfach wohlfühlt. Das ist halt einfach eine wichtige Sache in einer Zahnarztpraxis. Ja, Sie haben ja jetzt unsere Praxis gesehen und wir suchen für unser Team, für unser Praxisteam, eine freundliche zahnmedizinische Fachangestellte, die uns bei unseren Tätigkeiten unterstützt, die teamfähig ist, gerne mit den Patienten umgeht und einfach viel Spaß an ihrer Arbeit hat und auch in unserem Team hier mit uns zusammenarbeiten möchte. Wenn Sie glauben, Sie passen zu uns, dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung. Vielen Dank.